Mal gucken, ob hier irgendwas noch ist. Hier ist nämlich direkt dahinter. Die Truhe. Andere Seite hab ich ja eben schon gesagt. Ach warte mal. Ja toll ey. Da bringt das was? Aber bringt das irgendwas? Ich weiß es echt nicht. Kann zwar damit bewerfen, aber... Was sieht nicht so aus, würde das irgendjemanden interessieren. Also es sieht nicht so aus, würde das irgendwie funktionieren. Leider. Kümmert keinen, also... Das klappt so nicht, leider. Zwar nette Idee, aber hat nicht funktioniert. Und an der Bombe kommen wir auch nicht von hier. Weil da muss die Bombe halt irgendwie drankommen und äh ja, aber... Komm, ich komme auch nicht anders da durch. Warte mal... Das funktioniert? Hochgewerfen. Ja, das klappt... das hat auch noch nicht funktioniert. War ja auch klar, ne? Das war ja auch irgendwie klar. Aber ich weiß nicht, ob es da so funktionieren würde. Selbst wenn die explodiert dahinten. Wurde auch nicht ausgelöst, weil ich die direkt getroffen habe. War ja auch irgendwie... Okay. Hätte aber einfach eh nicht funktioniert wahrscheinlich. Ich hätte das funktioniert. Selbst wenn ich die getroffen hätte. Aber einmal explodiert dann und dann wäre es vorbei gewesen. Aber... Ich muss da irgendwie was machen. Ich... Ich muss irgendwann an der Truhe kommen. Und was... Welche Truhe ich denn hier noch? Die auf ist. Da kommen wir nicht dran an, der da. Die will ich gerne dran kommen, nur noch nicht. Da ist auch nichts. Da kommen auch nicht dran. Und da kommen wir erst recht nicht hin. Weil das alles... Weil alles hier auf der Seite... Weil alles da drunter ist. Es muss doch irgendwie sein. Da kommen wir einfach nicht hin. Das ist doch blöd. Das ist einfach doof. Ich habe momentan einfach kein Blasme Schema. Leider. Ich muss da hoch und dann irgendwie versuchen da rüber zu kommen. Glaube ich. Aber es hat irre ich hier ein bisschen rum. Das ist schon mal blöd. Es fängt schon mal blöd an. Naja... Mittendrin würde ich nicht sagen. Im Spiel. Aber wir sind... Naja... Bist du den Punkt weit gekommen? Und mal jetzt... Äh... Fals das so... Sorry. Aber ja... Auch kein Problem. Auch kein Problem. Auch kein Problem. Das muss doch irgendwie hier weiter gehen. Das ist für mich einfach der einfache Grund. Das muss hier rüber gehen. Aber... Die Frage ist wie... Wie komme ich da rüber? Ich weiß es nämlich nicht. Ich schaff den gesprungen nicht von hier. Ich schaff den gesprungen nicht. Ich habe hier... Ja... Ja... Hä? 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 Aber ich bin ja einfach zu blöd für diesen Punkt, darüber. Kann ja natürlich auch sein. Aber irgendwas vergessen zu kaufen? Kann ja das sein, dass ich irgendwas vergessen habe? Das soll doch auch nicht sein, oder? Was soll denn denn, was soll ich denn groß kaufen? Gibt ja gar nichts anderes. Na ja. So, das ist ja alles kein Problem hier hochzukommen, aber... Wie sie um weiter geht, das ist das Problem. Es muss doch darüber, es muss darüber gehen. Leck, leck, passt ihr euch schon die ganze Zeit vom Kopf und sagt, geh mal da lang. Aber ja, ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Da müsst ihr hier einen Livestream machen, dann könnt ihr es halt machen, aber... Die Leute sind nicht fest, wenn ihr Abend. Hält sich nicht fest daran. Na ja, verdammt nochmal. Ich muss nochmal, geh mal zurück. Ob ich hier irgendwas übersehen haben soll, aber was denn... Irgendwann muss es hier geben, was ich... Wovon ich nix weiß. Weil hier komme ich auch nicht rein. Das ist irgendwie ganz tief unten. Und dann geh nochmal raus. Was ist das denn? So. Ja toll. Komm her. Dann mach ich mal schnell durchgegangen hier. Da ist noch einer. Da komm ich her. Da komm ich her. Na also. Komm ich gleich so. Oh, hier ist ja auch nix weiter. Da komm ich noch nie rüber. Und da. Und da. Da komm ich mir noch nicht weiter. Da geht es auch nix später weiter, aber nicht hier. Für mich. Ach, das willst du. Oh. Oh, was mache ich? Was ist eigentlich denn das hier für'n Fräuch hier? Kannst nix mehr anfangen. Na, mal gucken, ob der Wulgrim irgendwas wie mich hat. Können wir mal den Beobachter rufen. Warte mal. Ja, ist ja gut und schön. Würde ich ja gerne, aber... Ich dachte, du würdest mir nen Tipp für mich. Oh, jetzt haben wir eh mal einen vollen Latz hier. Den Wulgrim. Oh ja. Oh. Oh gut, komm her. Ich weiß nicht, mit Wulgrim. Täter ins Heil brauche ich nicht. Ich brauche auch nicht. Ich brauche alles nicht. Das ist alles... Das ist auch alles ich da nicht brauche, was ich wache, was ich will. Also hier gibt's auch nix zu kaufen, was mir irgendwann weiterhelfen könnte. Äh, habe ich hier irgendwas hier? Waffenmeister, warte mal. Ich kann auch hier den zuweisen. Immerhin etwas. So. Aber... Bringt mir auch nicht, weil... Hilf mir jetzt, hilf mir jetzt auch nicht. Äh... Was ist das hier? Gesessenheit. Ach so. Okay, Y-9-9 auch. Den habe ich noch. Den macht er so. Den macht er... Den macht er auch so. Aha, Artefakte. Ah ja. Aber bringt mir viel weiter. Verdammt nochmal. Bis bald, ja. Bis bald, ja. Auf Wiedersehen. Ja, ich hoffe mal, wir sehen mal ein Wundersmal wieder und nicht immer nur hier. Ich komme hier grad nicht weiter, gebe ich zu. Weil ich irgendwas hier nicht sehe, was ich wahrscheinlich sehen müsste. Ja, ich habe schon mal aufgeräumt. Das ist ganz schön ermüden, hier mal rumzulaufen. So, hier ist aber auch nichts weiter mehr, ne? Hier habe ich auch schon alles aufgeräumt. Ich musste es hier irgendwie runter dazu bewegen und dazu dieses Ding da runter zu lassen. Aber... Hat er jetzt irgendeinen Tipp für mich hier? Ich bin nicht gerne zur Kirche gegangen, weil sonst die Fledermaus Königin ausweiden und hier ein wenig Unordnung schaffen. Ja, wohne Unordnung, sag mir mal. Wo man die Unordnung schaffen könnte. Wo könnte man die Unordnung schaffen, sag es mir mal. Können wir vielleicht weiterhelfen. Weil das ist ja... Wie das funktionieren soll ich mir jetzt mal klar, aber... Und mit wem kann ich das Ding auch nicht? Ist ja klar, ist er viel zu groß. Was? Wie kriege ich dieses Ding dazu, dass da dieses Ding fallen lässt? Ich frage, wie kommt er überhaupt da hin? Ja, und haben mich etwas überfragt hier. Ich irre jetzt hier bestimmt schon 15 mal rum. Kann ich auch nicht nehmen? Ja, die Frage ist... Was mache ich damit jetzt? Zu hauen, ne? Muss ich das auch nicht? Hätte mich auch gewundert. Also... Irgendwie... Nein, das klappt hier nicht so ganz, wie ich mir vorsölle. Irgendwas... Irgendwas vergesse ich hier. Nach unten komme ich nicht, weil da nicht weiterkomme. Wäre doch nur ein Artefakt, aber keine Truhe oder so. Und daher... Ja, da komme ich auch nicht weiter, weil da die Tür zu ist. Ich frage, wie komme ich da an diese Tür ran? So, 300 Kilometer sind hin und her gelaufen, ne? Ja, das ist alles... Was bringt alles? Das bringt alles nichts hier. Das ist interessant. Ja... Drei Stunden, dann bin ich so gegangen. Da war nicht mit der Aufnahme, zum Glück. Hm... Ja... Wie komme ich da ran? Ich denke mal, einer von den drei tun, wird es wohl sein, denke ich mal. Ja, einer von den dreien. Wo ich mal da rüber komme, da komme ich nicht rüber. Wieso auch immer, verdammt. Ich komme nicht drauf, komme ich auch nicht hier ran. Da komme ich auch nicht hier ran. Da auch nicht. Da auch nicht. Da erst recht nicht. Weil... Ne... Oder? Was ist das für ein Loch da? Muss ja da oben sein. Da war aber nur diese Truhe drin, ne? Da war aber nur diese Truhe, aber da muss ja eh da hoch. Da ist auch noch nichts weiter. Da ist auch noch nichts weiter. Gibt hier nichts anderes zu tun, außer... Irgendwie da hochkommen und dann mal gucken... Ja, irgendwie... Eingehungen warten oder so. Also irgendwas? Ja, das war mal ne Idee, aber war nix da. Hat sich nicht gelohnt. Okay, dann geht's hier weiter. Hier hoch. Ja, hier und her laufen, ja alles hier und her, aber bringt mir nix. Also es muss hier irgendwas geben. Es muss hier oben... Es muss hier oben weiter gehen. Ja genau, hier war die Truhe drin. Die hier weg ist mittlerweile. Das muss doch hier irgendeinen Sinn haben in der Gang hier. Ich komm auch nicht dran. Auch so weit weg. Der Sprint... Der klettert da auch nicht drauf. Das ist... Ich weiß es leider echt nicht. Wie ich hier momentan noch rüber kommen soll. Unten geht's auch nicht weiter. Aber ich mach hier gleich mal ne Pause. Wenn ich hier nix finde. Will mir mal überlegen. Wie es hier weiter geht. Weil... Das ist ein bisschen doof. Ja. Weil hier komm ich ja alle... Hier geht's ja wunderbar rüber, aber... Dahinter nicht. Ich bin eigentlich dämlich. Ich bin dämlich. Ich bin blind. Ja, da habt ihr... Da habt ihr den Patzeranzug, den ihr an den Kopf rauen könnt. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot, ey. Mann, wie kann ich denn hier dran? Ich bin so n Idiot, Mann. Komm her. Komm schon. So. Und tschüss. Ja, von wegen. Ich komm noch nicht dran. Ey, ist sowas von doof. Halt. So. Out the fuck Soldat. Sieht halt den Sieg, den kennen wir schon. Ey, ich bin so doof, ey. Ich renne ja bestimmt dreimal da, davor. Ich renne dreimal drauf zu und ich seh diese blöde... ...Dinge nicht. Ja, mal zwei Minuten umsonst rumgelaufen. Tut mir leid, aber... Nun ja. Let's play von mir. Passiert mal, ne? Ah, das war jetzt wirklich doof. Aber... Nun ja, jetzt geht's weiter. Trotzdem Weg gefunden. Ist doch gut. Immer eine positive Entwicklung. Schau mal her. Schau mal her. Schau mal her. Schau mal her. Dankeschön. Ja, komm her, ne? Was willst du? Schau mal im Moment. Mit der Sense platt hier. Mit der Sense. Ganz schön öffentlich. Ganz effektiv. Das ist ganz schön übel. Jawoll. So vieles Betrachters. Ey, ich renne die ganze Zeit hier hin und her und was ist? Was ist? Ha? Was mach ich? Geht immer nicht weiter. Die Tür ist auch zu. Vielleicht später, wie immer. Ey, ich bin so ein Idiot, ey. Ich könnte mich so ohrfeigen. Ey, ach Gott, nee. Ich renne da hin und her die ganze Zeit. Ich lauf da runter. Ich bin nämlich nach unten. Ich denke, der geht sich weiter als später. Weil ich denk, ich muss länger fliegen. Was ist? Ja. Echt, ich könnte mich... Das ist echt so doof. Tschüss. Echt, das ist so dämlich gelaufen. Ist ja... Ich weiß, das war jetzt nicht sehr... Das war nicht sehr toll, aber... Na ja, ne?